Hallo Leute! Willkommen zu einer weiteren Folge von GTA. Letztes Mal haben wir den Raubüberforder, diesen Überfall auf dieses Labor gemacht, um dieses Neuro-Gift zu klauen. Und das haben wir auch hinbekommen. Und wir haben noch eine kleine Quest mit Dom gemacht beim Fallschirmspringen. Und ja, jetzt bin ich hier, weil Trevor irgendwie eine Mission hat. Keine Ahnung was. Ich bin schon mal sehr gespannt. Ah ja, für die Kleidung von Trevor bin ich nicht verantwortlich. Das war's, äh, was? Fällt's mir schon? Hä? Okay. Das war's. Feierabend. Oh! Oh! Hey, bei any chance, did you catch crabs at that conference? Ah, Floyd! I heard that those conferences are regular little fuckfest, huh? Guy come in. I'd like you to leave right now. Oh, yeah. Oh, yeah. Some serious corporate gangbanging going on, right? Yeah. With every executive and director of penitations here to Bangalore taking it left, right and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my, uh, my penis. I want you to leave now! Look, this is all I've got, all right? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me, okay? And look, Debra, I love you and I love you too, Floyd! Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays, you can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, there's nothing so good, huh? Look, Debra! Floyd! Will you marry me? Get out of my condo! And you go too, Floyd! I told you, I've got a career! I don't need this! 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 Crap! Yes! There! Ha! You made me swear! You're crap, Floyd! Crap! You're not a man at all! Bob's right about you! Oh, who's Bob? Yeah. I want both of you to go, now! You and your weird friends! Whoa! Hey! My name is Trevor, sweetheart! I could give a fuck what your fucking name is! I'm not afraid to use this! I'm not afraid to use this! Bob taught me! Bob taught me! You people are not very fucking nice! What is this? Uhm... Schwarzblende? Oh! Hey there, Trevor! Oh! Hello, Wade! Hey there, Wade! You can meet Gebra? Yep! Interesting lady! Ah! I can probably go say hi! I would! Yeah, I would not! Let's go get in the car! Alright! Let's go have... The time of our lives! Oh god! I know just the place! Oh boy! Begib dich zum Strip Club! Äh... Strip Club! I... 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 I could run in and get Floyd and Gebra! I know she seems kind of a type because she can have fun! Ehhh... I don't think she can do it! Just Floyd then? Floyd's gonna meet us there! Floyd's trip? Exactly! Oh Trevor! Maybe you got all over yourself! You're all a rag! Fool! You're a blind fucking fool! You got... You got syrup? Yeah! Warte ich will nur kurz schauen, haben Sie sich einstellen irgendwie gern? Oder warum lag das gerade so viel? Das lag übelst gerade irgendwie... Traffic? Nee! Ist nochmal alles gleich geblieben irgendwie! Hö? We've all been there! We sure have! But... But it doesn't take you like Sierra! Don't take me! All right? Just... No licking! Okay! Hey! You remember when we met? Sure! Last year! I was on the way to the gathering with... Gaggy Bell and Kush Kronik and... And you stopped in Sandy Shores to get lit! And you met a dealer and he looked after you! Okay! When your friends had abandoned you! That was weird, weren't it? Gaggy Tallback Kong is with you... Driving out to a quarry... And then they just... Disappeared! Okay! So what's the other good to do? I mean they were gone! Some friends... Oops! I just woke up and broke your goddamn neck! Some friends, right? And now cousin Deborah don't want you around? I mean there's a pattern here! The Chicago gig get messy! The pattern is... You can't rely on anyone! Anyone! Except me! Okay! This is it! This is where Floyd is gonna meet us? Your strip club? Oh yeah! That guy doesn't like him! He's a real homebody! He loves that apartment! Interestingly... You and me? We got a new home! Oh god! Stimmt! Here! Stimmt! Here! Right here! Here? Here! Now I know it's unconventional, but that's the way we roll, homie! Hey, you two! You two! I want you to give this boy a good time! For a long time! Oh god! Diese Folge wird... Tell me where the manager is for this fine establishment! Through there and take two doors to the right! Okay! Through there! To the right! Thank you! Okay! Das ist fertig! Gut dann! Für den Manager! Okay! Amigo! Prepare to meet your new partner! Oh! 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 Wechsel! Okay! Das hab ich jetzt nicht erwartet! Michael nehm ich mal an! Ja! Weil der ist ja wieder zu Hause! So! So! Hey Lester! Hey! Uh! Trevor just called about the... The big one! The UD! Yep! You know anything? Yeah! I told him we could hit it! You down? Of course! I'm down! Look! I'll get my research together and meet you at Trevor's! He's taken over the vanilla unicorn gentleman's club! Alright! Message Franklin! Wie? Wie Michael nix dazu sagen! Dafür so! Okay! Hört das auf übernommen! Fertig! Aber nix dazu gesagt! Feierabend! Mission Zeit perfekt! Okay! Das war ne kleine Mission! Ich hab grad gemerkt, ich hab ne Taiwan nicht an! Die wird verdammt! Okay! Ähm! Okay! War dann ab zu dem Tee oder? Ja doch! Oh! Ich mach doch diese Mission! Das ist die Folge viel zu kurz! So! Und dann schauen wir noch mit extra Content! So! Haben wir auch ein neues Fragezeichen für Trevor da unten? Hab ich gesehen! Aber okay! Das heißt wir haben... Oh! Vicky! Mit dem haben wir lange nicht vergangen! Aha! Jep! Jaja! So! So! Hätte ich ja beim allerersten Raubfall gemeldet! Äh! Bis denn das vor dem ersten Raubwörfall! Da konnte man jeder... äh! Äh! Benutzen! Äh! Aber wir haben wir nicht genommen als Handlanger, weil die anderen noch bessere Fähigkeiten neue Sorten! So! Äh! So! Also dann... Noch ein bisschen dahin! Dann sind wir fast da! Bin ich mal gespannt was jetzt laufen wird! Wahrscheinlich ein paar Vorbereitungen! Mit Stück bitte aus dem Weg! Danke! Jetzt gibt's eine AP-Pistole in die Fress! Äh! So! Dann nach rechts! Michael hat doch wieder sein Fahrzeug, wie es scheint! Oder ein ähnliches, wenn ich jetzt so ein bisschen getunt wie es scheint! Ha! Auch in der Familie ist noch nichts in Sicht! So! Ich glaube hier ist die Tür, wo man reinkommen kann, oder? Ne, doch nicht! Kade! Muss ich... Ich könnte mich doch daran erinnern, dass man von hinten auch irgendwie reinkommt! Oder kann man wirklich nur von vorne? Es gab doch einen Hintereingang, oder nicht! Hier vielleicht? Ne! Ah! Vielleicht irre ich mich einfach auch! Neh mal für den Vordereingang, das müsste es normalerweise auch gehen! So! Ab in den Stippklub! Okay! Ein Stammkunde, oder was? So! Also hier! Und ich nehme mal... Was wirklich mich aufhört, ist, dass du eine Klownface! Okay! Kommen wir hier durch? Ja! Hallo! So! Ne, warte! Das ist der Prim und den Spock! Verdammt! Falsch, falsch! Also wir sind schon richtig! Aber wir sind hier geradeaus! Warte! Wir müssen hier durch! So! Und dann hier! Und doch! Da ist doch ne Tür! Ich hatte recht, oder? Hä? Habe ich schon die Falsche eingeschlagen, oder wie? Oh, egal! Schaut diese Blower, oder? So! Okay! Ausspähen des großen Dings! Okay! Oh! Okay! Echt so immer angezogen für letzte Folge! Mhm! 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 Ja! Ja! Das für Brad ist falsch noch neuerer Angelegenheit, aber ja! Ja! Gut Frage! Mhm! Mhm! Ja! Ja Mhm! Ja! Ja Ja! Wir haben uns verraten und liebte und schlugte Menschen. Wir haben so viel erlebt, wie ein schlafenes Leben. Aber immer träumt von einem Ding und einem Ding nur. Der große Ding. Der große Ding. Der große Ding! Was ist der große Ding? Ah, der Union Depository. Um 200 Millionen in Goldbricks, alle von Kindle Sam, der die Rest der ganzen Leben wird durch die Regierung verholt, wenn wir durch die Attentation leben. Aber es wird unser Masterpiece sein. Also, Damen und Herren. Lass uns unser zivilgespräch machen. Gehen da raus und finden ein gewaltige Arbeit. Das hier. Los geht's. Der große Ding! Oh! Deswegen funktioniert der Kühlschrank nicht. Okay. Wir sind auf einer strengen Regulierung. Okay. Mhm. Okay. 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 Okay, dann kommst du vorbei. Okay, dann nehmen wir den Anschluss hier unten. Aber nicht jetzt. So. Okay. Ähm, stimmt was. Ähm, vielleicht sind wir wirklich kaputt. Trevor, wie geht's dir? Ähm, ich mag klockwerk, Mikey. Ich mag klockwerk. Okay. Du hast einen Job vorhin erwähnt. Was kann ich dir helfen? Ich habe noch nicht mit Mike gesprochen, aber er wird auf dem Board. Er ist obligiert. Was dann? In it obvious. Boston Brad out of the clink. Äh. 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 Ausgleichen, man. Das soll bezahlen. Profit in something. Your heart guide to motivate. Vor allem, wie das Verlaufen wird, und dieses Bett, die Zentur ist. Aber okay. So. Ähm. Schrag mich, wenn man von dem Zeitpunkt kommt, wo, äh, aber das realisiert, dass, äh, wer eigentlich stimmt, äh, postenzusatz, der den Grab gefüllt hat. Das Grab gefüllt hat, äh, von Michael. Ui. Und da wären wir. So, steig in den Hubschrauber. Absolut. Okay. Du bist derjenige, der immer noch über den Schrauber zu sprechen, Lester. Komm schon. So. Warten wir mal schauen. Und warten wir auf Lester noch. So, okay, er ist drin. Und let's go. Und zur Marietta Heights. Okay, das ist doch ungefähr, ich glaube, es ist doch da, dort, wo Lester wohnt. Okay. Okay. Ja. Ich glaube schon. Mhm. Okay. 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 Oh, ja. Mhm. Okay. Okay. Getting paid to do nothing and spying on innocent people. Now, who does that remind me of? Anyway, if we want to hit the vault in a way that people will notice, the key will be to divert the security team. Okay. Divert it! You said they hold out for calls from the UD and that's it. Yeah. They do, so we'd have to hit it twice. Once to distract them and once to get it done. Okay. You're gonna find someone willing to get caught hitting a superbank just as a distraction. Bescheid so. Okay, we're gonna do it. Come in, Michael! We have a visual on the convoy! Keep with them, T. Do whatever less need you to do. Yep. We're wrapping the route and finding an ambush point. Stay with them! Okay. So. So. I guess that won't work here. So. It, uh, won't. We're looking for somewhere with cover for us and no escape routes for them. Okay. Ah, the same principle as a men's room. Yeah. Uh, I guess. So. Okay, aktiv die Sicht drauf halten. So. Okay. Gut, noch, äh, dahinter bleiben. So. What about here for the job? Where? Under one of the bridges. It's en route and we'll have plenty of cover. Ah, this one. Go open. There's a number of getouts and we'd be compromised if they were driven off the road into the river. Yeah, okay. We're gonna recover the cars. With the right equipment, we'd haul them up the side. A central station is monitoring the car's positions. If the GPS tracker reads it's down there in the channel, we'll have red flags all over the place. Ja, okay. Fine. So, okay. Let's abwarten einfach. Okay. What you thinking? I'm thinking I don't like being in close proximity to you for extended periods of time. It's the same for short periods of time. Oh, there's ways to make minutes go by. So. Halt'n gut Abstand, aber auch Crashlash sind mehr gut beieinander. Okay, sie machen, das kann ich anscheinend abzuwarten. Ich würde sagen, wir wollen mal ein bisschen schneller. So, okay. Geh nach links. So. Ja. Okay. Okay. Entfernt sich schon Sicherheits-Transporter und, okay. Okay. Das heißt, von dort aus, also gerade in dieser kleinen Unterführung, ja, ich glaube, das ist richtig geworden. Da unten, da würden wir sie dann, äh, dings, äh, übernehmen. Okay. 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 Such nach dem Baustelleneingang. Oh. Hier? Ja, hier. Ich wäre in der Nähe des Baustelleneingangs, okay. Oh, okay. 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 Okay, noch ein bisschen tiefer. Okay, ich will jetzt... Safe spielen. Okay. Ich glaub mal. Okay. Okay, wir müssen gut sein. Ja, scheint so. Okay. Okay. Mir gibt es nicht zum Flugplatz. Okay. Aufpassen. Und weiter geht's. So. Okay. Damit hätten wir alles ausgespäht mal ein bisschen. Und dann kommt jetzt der Plan. Ja. 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 Gute Frage. Ja. Wenn alles nach Plan läuft. Ja. Aufpassen. Ja. Ja. Aufpassen. Ja. 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 Ich dachte, du sagst das. Ja. Okay. Dann müssen wir ein bisschen links, müssen wir nicht über das Gefängnis fliegen. Aber okay. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein bisschen Plan zusammensetzen. Wahrscheinlich werden wir jetzt die Vorbereitungen freischalten oder so. 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 Schon etwas tiefer gehen. So. Sturzflug. Und öpp. So. Öppala. Ein bisschen höher. So. Und. Landung. Voila. Wir haben zwei Ideen. Es dauert einen Moment, um sie zusammen zu holen oder sie zusammen zu arbeiten. Aber ich denke, es gibt einen Weg. Es ist nicht unmöglich. Okay. Also. Ich denke, ich werde auch über den Breakouten denken. Bradley Snyder. Er hat Angst. Mh. 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 Ja. Okay. Das war's? Das war's. Okay. Bestanden Ausspänen des großen Dings. Alter. Huhu. Perfekt. Die Stunts. Höhlenforscher unter der Brücke durch. Tunnelblick. Okay. Die sind da relativ böse, was das angeht. Ähm. So. Wir hätten jetzt das M freigeschaltet und hätten noch das Fragezeichen. Fremden und Freaks eben. Ich würde sagen, machen dann noch Fremden und Freaks. Und dann wird es mal ausnahmsweise wieder eine etwas angenehme Folge. Nicht zu lange und nicht zu kurz. Ich würde auch sagen, den Weg bis dahin erspare ich euch diesmal nicht. Ihr werdet mit mir leiden dieses Mal. Ist ja nicht so weit weg. Und wir haben ja diesmal noch einen Helikopter. Also es geht relativ schnell. Aber ja. Das heißt, wir nehmen so langsam die Vorbereitung für das große Ding an. Also es ist nicht mehr weit. Ich glaube, wir sind nicht mehr so viele Parts unterwegs noch, bis die Hauptstory hinter uns ist. Und dann kommen die ganz großen Sachen wieder. Oh Gott. Huhu. Entschuldigt. Ui. Dann kommen die ganzen Missionen, die uns noch fehlen. Diese ganzen Seiten-Missionen, also Neben-Missionen. Dann auch die ganzen Aktivitäten, die es gibt. Noch die ganzen Rennen. Also das wird schön. Oh ja. Wahrscheinlich vielleicht so machen, dass sich eine Kategorie nach dem anderen abklappern. Also zum Beispiel, nachdem ich dann die Hauptmission abgeschossen habe, dass ich natürlich die restlichen Fremden und Freaks Sachen mache. Ähm. Dann noch die verschiedenen Abklappern und dann noch die Aktivitäten und Sachen halt abklappern. Also ich halt eine Aktivität nach dem anderen in den Fokus würde nehmen. Anstatt jetzt komplett Chaos zu machen und einfach das zu machen, was gerade am nächsten ist. Wird schon ein bisschen ein Plan sein. So. Irgendwo hier. Ich frag mich, was für eine Quest das ist. Ah, doch. Ich glaub zu wissen, was es ist. Ich hab die, glaub ich, nie gemacht. Doch. Aber ich hab durch heute den 100% Guide, äh, sie kennen gelernt. Ich weißt hier. Ähm. So. Jetzt hier zu landen wird schön. Ich würd sagen, wir landen und, äh, landen einfach hier auf der Kreuzung. Ist gut. So. Und, hopp. Servus. Außenweg. Voila. Okay. Da wären wir und dann müssen wir da hin. Zu diesem Typen. So. Hallo. Ja. Ja. Was ist's? Ja. Ja. Extra Provision. Mhm. Okay. Okay. Ja, haha, ich bin der Josh Bernstein. Wer bist du? Oh, ich war mal ein großes Problem, in Real Estate. Und deswegen hatte ich meine Leistung. Ich bin weggebracht. Und ein Mehl-Ticket. Wo ist die Frau? Ich komme zu dem, ich komme zu dem. Ich sehe, es ist nicht wirklich Geld, das ich nachher bin. Es ist nur etwas mehr wunderschönes als das. Jetzt. Lenny Avery. Ja, was ist mit ihm? Er, er war mein bester Freund. Bis der... Ah. Okay. Okay. Trinkt einfach, ja. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Lenny Avery. Okay, machen wir. So. Was das? Ich glaube, das war's. Ja. Neuer Kontakt. Josh. So, find uns nicht der Alpha Coast Schiller von Lenny Avery, die du im nördlichen Stadtgebiet findest. Ja, man kann sie per Website, kann man sie lokalisieren. Und dann eben halt zerstören. Aber das machen wir dann ein andermal. Nächstes Mal geht's dann zu dem M, wo wir wahrscheinlich das mit Brad ansprechen. Ob das gut ausgeht, ja, das sehen wir jetzt in der nächsten Folge. Aber ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch gefallen. Und wir sehen uns dann am nächsten Mal. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF, 2020